Das war in der Saison 05, 06. Wenn wir in der Saison nach einem Match gehen, und ich hatte die Haare meiner Kommen rübergestellt. Die Eltern von unserem U21-Team haben mich dann zum Auto. Auf jeden Fall nach vielen Monaten vorbereitet in der Phase, wenn man sich da auf Mitte 7 befindet. Ich bedanke sich für das Heimspiel von so vielen Zuschauern zu spielen. Das ist sicherlich für die erste Mal.